Wir gehen in den ersten DLC. Ja genau, ich stehe einfach wieder auf. Chip. Weil ich sehe mich gerade einfach nicht. Dark Locker-Töten ist einfach nicht drin. Das heißt, ich muss... Hier wieder hin. Hier war ich ja heute noch nicht. Hier war ich ja heute noch nicht. Scheiße. Wollt ihr MLG Dodge Master machen? Das mache ich laut voll rein. Äh... Wo ist mir der Ausgang? Bin ich gerade blind? Also von da bin ich reingekommen. Da nicht. Hä? Ich blind. Ich echt blind. Ach, da ist er. Und hier drin. Und ich habe ihn schon aufgemacht, okay. Steht ja eigentlich auf den Steinen. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Aha. Eindringer werden sich ungemacht stellen müssen. Aha. Ohne Spur von Wasser und Weg erbucht elende Versäuchung. Oh, du Scheiße. Der Status versunken im König Schlimmer genauso wie der Drachen. Nice. Skyrim Deluxe. Ich habe keine Peilung von dem DLC. Absolut keine. Sonst tausend Nachrichten. Cool. Öffnen wir doch mal die Tür. So verdärbt muss. Gut. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Die Perspektive hat mich gerade... So wie hat die gerade irgendwas mit meinem Hirn gemacht. Das war nicht cool. Hallo. Drachen Amulett ist klar. Hier schläft irgendwas Großes. Holy fucking shit. Ich meine, ich habe das ja ab und zu schon mal im Stream gesehen oder so, aber das ist einfach nur... Wow. Hi. Geht's dir gut? Ich gehe wieder. Du kannst mich mal. Nee, 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 nee. Okay. 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 Tschö. Ich weiß, ich bin... Sieh böse aus. Wurde jetzt nicht gleich wegfliegen müssen. Kommt man da irgendwie hoch? Hm. Ich habe so keine Ahnung. Die fängt schon gut an. Hier gibt es schon wieder 3000 Wege, ja? Okay. Immer die ganzen Leute hier, die das Ding, die ich alleine spielen wollen oder was. Okay. Wir gehen vom Leuchtfeuer aus. Ist jetzt mal hier gelang. Ich habe irgendwas gehört. Okay. Wir gehen nicht hier lang. Reuernversuch. Ach so. Das sind die Symbole, die die ganze Zeit aufpumpen und wieder verschwinden. Alles klar. Das heißt doch hier lang, ja? Guten Tag. Ich kann nix. Giftiges. Irgendwas klingt hier extrem... Was? Wo sind da Bogenschützen? Da hin. Okay. Und irgendwas klingt in dem Gebäude da extrem eklig. Wow. Warum sind hier so viele? Kommt mal alle mit nach hinten. Den Scheiß probieren wir erst gar nicht. Einer nach dem anderen, bitte. Ja. Wie ist mit dir? Genau. Hier. Einmal. Lass sie polieren vor früh. Und die machen gut Schaden. Kurier. Was? Was ist der? Was? Da. Gut. Was? Ich mache jetzt hier erstmal die Ecke klebe, bevor ich mich überhaupt mit der Umgebung beschäftige. Also von dem, was ich gelesen habe, soll der DLC ja ein bisschen mehr, ähm, wie nennt man so schön, mehr Puzzle beinhalten. Also er soll wieder mehr mit Erkunden sein und Rätseln, weil er wieder irgendwelchen Kram rausfinden muss. Alter, die tun halt echt gut weh mit ihren blöden Bögen. Mit was schießen die, Mann? Kryptonit-Pfeiler? Gut, da war ein Abgrund. Da war ein Abgrund. Ähm, ich weiß, dass das zweite Buntfire hinter ner Illusion Ball ist. Das weiß ich. Hier, idis. So, bäm. Erfangen. Bäm, 700 Schaden, Pisser. Kommt der Schalter auch wieder hoch? Ja, jetzt. Und wieder runter. Bäm. Es fährt gar nicht wieder runter. Es fährt nur hoch. Die trinken, die Assis. Nee, 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 nee. Aber, das Ding gibt Deckung. That's nice. That's pretty nice. Das heißt, ja, eine Theorie. Komm her. Put, 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 put. Könntest du bitte aufhören zu spoilern? So viel danke. Ich weiß, dass ein Abgrund war ja irgendwo hinter ner fucking Wall ist. Hab ich den grad da runter... Wow, ich hab den da runtergeschubst und dafür ist... Da steht einer drauf. Aha. Kann ich die ja wieder runterfallen lassen? Und da... Kann ich, okay. Wow, okay. Ich will da nicht fighten. Ich will da einfach nicht fighten. Ich will da hinten nicht fighten. Ist mir egal. Ist mir egal, ob ich die hoch oder runter fahren kann. Ich will da nicht fighten. Weil die Gänge nicht mal eine Rolle breit sind. Das ist extrem kacke. Äh... Warum bleiben die Dinger manchmal oben und manchmal nicht? Und wenn ich die jetzt wieder hochhole? Ja, er schießt mich halt. I don't care. Hm. Achso, der eine Typ da hinten wird einfach nicht effected davon. Okay, ich muss mir hier echt überlegen, wo ich hier fighten will und wo nicht. Trinken tust du schon mal nicht. Ich hatte einen Plan und der ist nicht aufgegangen. Ja, komm her. Komm mindestens bis hier. Weil hier weiß ich, kann ich nach hinten rollen. See? Wie viel stehen da? Da stehen drei Stück, wenn ich das Ding hochhole. Ja, und das war Absicht, weil ich das Item... Wow. Guten Tag, ich bin der König der Welt. Ne, nicht ganz, aber what the fuck. Ähm. Und ich krieg natürlich einen fucking finster Quarzring. Einen fucking Long Jump, ja. Äh. Einer steht da drauf, ihr steht da. Das heißt, wenn ihr fighten, fighten wir bitte hier auf der Fläche. Das gilt auch für dich da oben. Hallo. Hier. Kommst du bitte mit? Sehr geehrter Herr untoter Zombieskelett-Söldner auf Doom. Komm mal her. Jetzt komm ich schon. Und jetzt die Fuck-Tat-Bogen-Schützen. Ja, kommt mit. Ne, ich spiel nicht mit euch da hinten. Das könnt ihr euch so abschminken. Okay. Okay. Möchte ich jetzt auch mitkommen, oder? Was, was? Ich falle dich hier hinten. Das wird mir einfach treffen. Herrlich. Jetzt kann ich endlich ausprobieren, was ich hier wie wo kann. So. Also, wir haben den Finsterquarz-Ring, wir haben Lebenssteine, wir haben sonst nichts Besonderes. Okay. Und das hier kreieren wir doch mal wieder die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist, dass beide Dinger... Und was zum Geier ist das da hinten für ein Raum? Der sieht eklig aus. Wo war das? Brunfeier? Okay. Heißt das, ich kann hier runterspringen. Jupp. Und könnte dann da lang. Kann ich das beim anderen auch? Jupp. Der ist sogar ein Schalter, das heißt, ich könnte rein theoretisch wahrscheinlich auch wieder hoch. Aber du zeigst ihn in die Richtung. Jetzt dreht es. Aha.